Stirb, du Sau! Steht auf dem Höpfel seiner Hauswand. Ärgerlich. Und nicht nur für den Höpfel. Weil wenn am Montag in aller Herrgottsfrüh das verdammte Telefon läutet, noch dazu das Dienstliche, dann ist es halt scheiße. Erst recht vor dem Frühstück. Dran ist eben der Höpfel. Der Höpfel wohnt hier am Dorfrand, ist Rektor in der Realschule und er will jetzt, dass ich komme. Sofort! Weil es natürlich meine Aufgabe ist, bin ich quasi schon unterwegs. Zwei Marmeladensemmeln und die Eier mit Speck, die mir die Oma brät, müssen dann leider reichen. Für den Früchtequark bleibt keine Zeit. Was ist jetzt mit dem Quark? schreit mir die Oma hinterher, grad wie ich zur Tür raus will. Weil sie schon seit Jahren nix mehr hört, deute ich bloß auf die Uhr und meine Waffe und sie kapiert's. Wie ich da mit dem Streifenwagen die kleine Anhöhe zu seinem Haus hinauffahre, kann ich es schon lesen. Stirb, du Sau! Steht da also in riesigen Buchstaben an seiner Raubputzwand. Groß und rot und Farbnasen verlaufen nach unten wie Tränen über eine Backe. Der Höpfel rennt mir schon entgegen und deutet auf die Botschaft, als könnte ich die nicht selber finden. Da! Schauen Sie her, Eberhofer! Er ist schweißgebadet und nervös und offensichtlich hat sich sein gesamtes Blut in seinem Schädel versammelt. Er streicht eine irrsinnig lange Haarsträhne quer über die hohe Stirn und der Schweiß fixiert sie dort. Außer dem Geschwitze ist aber alles tipptopp. Hemd tipptopp, Hose tipptopp, Schuhe tipptopp. Nur das blöde Geschwitze macht natürlich das Gesamtbild zunichte, ganz klar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017